Der große Familiensporttag im Sportverein Das Sportzentrum Krieglach begann schon am Vormittag des 28. Juni in den Krieglacher Schulen. Am Vormittag hat es den Schulsporttag für die Mittelschule gegeben und jetzt auch quasi als Höhepunkt und auf der anderen Seite als Abschluss des Bewegungsrevolutionsprojektes, wo sich eigentlich alle Schulen beteiligt haben. Das ist eine Vorführung von Modellfliegervereinen, dessen Obmann bei uns in Krieglach daheim ist. Und da sind alle Volksschulen und alle Mittelschüler alle da. Unser Verein, der heißt IG Scale Austria. Und das Scale kommt daher, weil wir uns hauptsächlich oder sehr viel mit vorbildgetreuen Flugzeugmodellen beschäftigen. Der Verein hat seinen Sitz in Krieglach. Ich bin der Obmann seit 25 Jahren. Und unser Flugplatz befindet sich allerdings in Mitterdorf. Interessant war der Einblick in die Anfänge des Modellflugs, der Fesselflug mit Verbrennungsmotor. Heute werden vorwegende Elektromotoren verwendet. Im Fesselflug war das Modell an einem Seil befestigt und mit dem Höhenroder verbunden und nur im Kreis konnte es geflogen werden. Das ist ein Fesselflugmodell aus den 50er Jahren. Ja, wird mit zwei Leinen gesteuert. Das Modell ist genauso alt. Ist auch ein Ladenhücker, sagen wir mal so. Und wird ganz selten geflogen. Darum bin ich auch sehr, sehr schwindlig geworden jetzt. Der Nachmittag stand ganz im Zeichen des Familiensporttages, unterstützt vom ASVÖ. Der ASVÖ ist bei der Allgemeinen Sportverband Österreichs. Also der ASVÖ-Familien-Sporttag ist eins unserer Projekte. Und da führen wir eben, wie gesagt, die Bevölkerung zu den Vereinen. Die können sich da präsentieren. Wir sind heute mit den Lupe-Bällen und mit Sport-Trekking draußen unterwegs, dass die Kids einfach einen Spaß haben und eine schöne Veranstaltung haben. Darüber hinaus bestand die Möglichkeit, sich über die regionalen Vereinsangebote zu informieren. Da geht es darum, dass man die zwei Würfeln, die da auf dem Schniedl hängen, da umgewirft zu den drei Stanken. Da steht drauf eins, zwei, drei. Und das dritte oben hat die größte Anzahl. Und wer da trifft, der alle oben bleiben, der hat da gewonnen. Nicht nur das ASVÖ-Maskottchen von großen Anklang. Auch das Schach. Wir präsentieren heute den Schachklub Duskrieglach mit einem kleinen Jugendturnier auf den Hinternbrettern. Das ist der Abschluss von unserem Jugendkurs. Denn der Karl Hoppauer mit der Dani Zelletzen im Sommer, also Beginn Frühjahr gehalten hat. Ben trainiert Kondition für den Winter auf der Piste. Wir sind die Dizzy Butterflies, wir sind die Cheerleader ausgekriegen. Und bei uns macht man Bodenturnen, Hebefiguren. Ja, Tänze verschiedener. Wie viele sind sie? Ich glaube, wir sind heute das erste Mal fast 55, 60 Personen. Also hauptsächlich Mädels, aber wir haben auch Jungs dabei. Für das ist der Familiensporttag da, dass sich die Vereine in deinem Sinne ein bisschen vorstellen können, dass die Jugend da sieht, was für Vereine sind in Krieglach tätig. Da kann man natürlich an den Familiensporttag natürlich alle Attraktionen durchprobieren. So ein Beispiel, wie man im Hintergrund sieht, das geht dann. Es war eigentlich ziemlich ausstrengend, weil ich vorher auch schon sehr erschöpft war. Aber jetzt habe ich es trotzdem gut geschafft. Das ist eine Kletterwand in der Sporthalle Krieglach. Die besteht eigentlich seit die Sporthalle fertiggestellt worden ist und wird Dienstag und Donnerstag vom Alpenverein-Sektion Krieglach betreut. Und es wird regelmäßig während der Schulzeit geklettert. Schwierigkeiten sind so von Anfängertouren bis sehr herausfordernde, überhängende Klettertouren für wirklich Leute, die das regelmäßig praktizieren. Wir sind Eishockeyverein für Krieglach und haben einfach aufgebaut zum Spielen für die Kinder. Wir sind ungefähr 20 Leute, die in der Saison spielen. Vorher gesagt, sind wir Masterwarn in der Gebietsliga. Ja, da ist Schützenverein Krieglach und wir dann da mit den Laserqueren für die Jugend zum Training erfordern mehr oder weniger. Wir haben Montag und Freitag im September Training. Da können die Jugendlichen gern kommen. Sie werden von uns eingeschult mit den Queeren, mit den Laserqueren. Da kann eigentlich nichts passieren, das ist eigentlich zu mühen. Ja, und da schauen wir, dass wir für uns, für den Verein wie die Jugend zu erbringen. Der Stocksport ist hier durch die optimalen Gegebenheiten sehr beliebt. Auch die Konzentrationsfähigkeit stand auf dem Prüfstand. Das war einfach der Tag, der Nachmittag, der Familiensporttag, wo es einfach seitens der Gemeinde die Initiative ergriffen ist geworden, der Bevölkerung, den Familien zu zeigen, welche Sportangebote wir in Krieglach haben, welche Vereine es da gibt. Und da haben sie einfach die Möglichkeit, von Station zu Station zu geben und alles zu austesten. Auf diese Sportanlage sind wir da wirklich stolz, die eigentlich mitten im Ort ist, sodass auch kurze Wege sind für alle, die da an Sport ausüben wollen. Wir haben da Fußball, wo wirklich auch die ganzen Jugendmannschaften sind, bis zur Kampfmannschaft 1 und 2. Dann haben wir die Stocksportanlage. In Zukunft, also am 12. Juli eröffnen wir die neu gestaltete Tennisanlage. Also es hat da wirklich für jeden ist irgendwas dabei und da sind einfach die krieglacher Bevölkerung herzlich eingeladen, dieses Sportangebot und diese Vereine in Anspruch zu nehmen. Für alle, die wissen wollen, was politisch im eigenen Bezirk passiert und nicht nur, was in Brüssel diskutiert wird. Für alle, deren Herz beim Feuerwehrfest höher schlägt als bei den Oscars. Für alle, die statt nur informiert zu werden, das eigene Grätzl auch mitgestalten wollen. Aus Liebe zur Region. meinbezirk.at Seher Abschiedstour in Kindberg. Ein unvergessliches Konzerterlebnis. Der emotionale Höhepunkt des Jahres. Der Kurs geht nach Kindberg und und alle, die am 3. August noch nicht so recht wissen, wie es taten, ja, zum Dessert kämen. Kindberg, 3. August, darauf gescheinend sie. Eire Seher! Die legendäre Band Seher verabschiedet sich auf ihrer großen Abschiedstournee und kommt am Samstag, den 3. August 2024, nach Kindberg. Ja! Da hast du nie. Da bist du nie. Da bist du nie. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.